Hallo Leute, wir haben es 20.45 Uhr, unsere Reise zur Road to Kluyt, zur Kluytregatte in Hameln, beginnt heute Abend. Ich bin ein Long Wolf, ich bin ein Long Wolf, ich bin ein Long Wolf. Aber ich bis heute mit Mein Grill Aber ich bis heute mit Quartier Das ist ganz sanft. Jaaa! Oh nein! Du Idiot! Du fucking Idiot! Guten Morgen! Regattatag Nummer 1. Mein Ruderkollege Jan und ich haben wunderbar geschlafen die Nacht und sind jetzt dabei alle Vorbereitungen zu treffen für unsere morgendliche Wachrunde. Anhänger steht, Boot ist eingeladen. Wir cruisen jetzt noch ein bisschen rum und stellen alles so... So ist doch gut, oder? Ja, so ist es in Ordnung. Es steht für mich und Jan noch eine kleine Runde, 4 bis 6 Kilometer an, wo wir uns so schön wach rudern. Noch mal so ein bisschen gucken, dass wir gut reinkommen. Und dann heute um 13.49 Uhr beginnen unser Rennen. Das war es erstmal von Berichterstatter Klingemann. Wie finden Sie denn bis jetzt den Regattatag? Super. Ja. 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 So, was das alles gut? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020